Das ist der Nördlichste Teil Deutschlands. Das ist der Nördlichste Teil Deutschlands. Die Nördlichste Teil Deutschlands befindet sich eine Insel. Das ist der Nördlichste Teil Deutschlands. Burdenen ist Sylt. Der Name dieser Insel ist Sylt. Es ist auf der Insel sogar in den Sommermonaten windig. Es ist auf der Insel sogar in den Sommermonaten windig. Das Meer mit den riesigen Wellen ist die Nordsee. Das Meer mit den riesigen Wellen ist die Nordsee. Die Insel Sylt ist auch sehr nah an Dänemark. Die Insel Sylt ist auch sehr nah an Dänemark. Sylt ist eine sehr bekannte Urlaubsinsel Deutschlands. Sylt ist eine sehr bekannte Urlaubsinsel Deutschlands. Sylt ist eine sehr bekannte Urlaubsinsel Deutschlands. Lass uns diese bekannte Urlaubsin Deutschlands zusammen erkunden. Lass uns diese bekannte Insel zusammen erkunden. Jürgen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Könnte es sein, dass diese Statuen den Wind auf der Insel darstellen? Könnte es sein, dass diese Statuen den Wind auf der Insel darstellen? Hast du auf die Gesichter der Kinderskulpturen geachtet? Hast du auf die Gesichter der Kinderskulpturen geachtet? Die Stadt sieht von oben wie ein Modell aus. Die Stadt sieht von oben wie ein Modell aus. Die Stadt sieht von oben wie ein Modell aus. Die Stadt sieht von oben wie ein Modell aus. Die Stadt sieht von oben wie ein Modell aus. Manche spazieren am Strand entlang, andere sitzen und entspannen sich. Manche spazieren am Strand entlang, andere sitzen und entspannen sich. Die Stadt ist ziemlich ruhig und friedlich. Machen wir nun einen kurzen Ausflug mit Musik. Machen wir nun einen kurzen Ausflug mit Musik. Musik 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 Music Musik Musik Jesús M wurden Schau mal hier ist die Landkarte der Insel. Schau mal hier ist die Landkarte der Insel. Der Sandstrand der Insel ist 40 km lang. 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 Die Restaurants haben größtenteils Meeresfrüchte auf ihren Speisekarten. Der Sandstrand der Insel ist 40 km lang. 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 Der Sandstrand der Insel ist 41 km lang. Der Sandstrand der Insel ist 41 km lang. Der Sandstrand der Insel ist 41 km lang. Sind das nicht außergewöhnliche Dächer? 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 Für die Dächer wird Red verwendet, das auf der Insel zu finden ist. Für die Dächer wird Red verwendet, das auf der Insel zu finden ist. Das ist nicht außergewöhnliche Dächer. Das ist nicht außergewöhnliche Dächer. Die Sanddünen der Insel Sylt sind auch sehr bekannt. Die Sanddünen der Insel Sylt sind auch sehr bekannt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Das ist nicht außergewöhnliche Dächer. Das ist nicht außergewöhnliche Dächer.